Wir hören gute Berichte aus dem ganzen Kosmodrom. Von Besessenen, die entweder den Kampf aufgeben oder dahin aufgesaugt werden, wo sie herkommen. Das ist ein Gewinn für uns. Du kannst jetzt zurückkehren. Das ist ein Gewinn. 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 Das wird schwierig. Shhh... Ah, Pfff. Was ist eine Begrenzung? Gehen wir diese Leichen. Gehen wir den Jungs. 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 Was ist hier?